Hier haben wir die Relax-Ecke. Hier kann man sich schön hinlegen und kann schön die Musik ein bisschen und kann sich total downfahren. Super schön eingerichtet. Hier ist dann direkt der Hammer und hier kann man dann direkt den Hammer vorangehen und hat es sehr schön und geht hier runter.